Ja, auf Wunsch, äh, aus der Community streamen wir COD und, äh, weiter wollen wir spielen? Äh, Dreier, äh, Beutiger, Dreier, Battle Royale oder Warzone. Ist mir klar. Aber was genau, äh, moin. Wenn wir getrunken haben, ja. Ja, sorry, blöde Frage, blöde Antwort, nein. Äh, nein, wir haben noch Platz. Mein, mein. Dein Kumpel nicht gekommen, oder? Okay. Ähm. Tarnock? Loll. Where we go now? Äh, lass einfach Lamba. Oder farm. Lass farm. Hä? Gerade eben, ja. Wir sind noch nicht drin. Im ganzen. Erstmal kurz ein Schlückchen trinken. Äh, Tarnock. Äh, null? Warte mal. Waffenkammer. Schrotflinten. Lü. Hä? Wieso ist es dingig dabei? Ich weiß es nicht. Hast du angestellt? Ich hab gar nichts gemacht. 100 pro. Hast einfach unsere Lobby verlassen, weil du nicht mehr spielen willst. Nee. Und du denkst, du warst besser. Na gut, ich meine, dass ich besser bin, als du, das weiß man ja. Äh, äh, kaputt. Ah, äh, 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 äh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ja, da musst du sein. Alter. Hä? Hast du? Okay. Mhm. Nimm mal, steck ihn mal ein. Wir wissen ja alle, ich bin besser als du. Kein schlechter Witz, Rügel. Ja, ich weiß. Ich weiß. Äh, Emblem drin? Nee. Nee, Blütschlang. Nö. Was hab ich mit dem Emblem? Das wird gern nur der logische Adler, meine Fräse. Sprays? Jawoll! Das werde ich auch noch verfolgt. Oh! Die sind bei mir. Irgendwo. In der Nähe. Ich tipp auf Lamba. Jo. Alter, das ist nicht den ihr Ernst. Oh, die Raketenuni. Weil ich hab einen. Dabei. Das ist geil. Was? Karin? feehh. Marvin, mal lieber, was geht? Freu mich, dass du da bist. Ich hab gehört, du hast Bock mitzuzocken. Fänd ich gut. Das find ich ja saumäßig gut, du. Grandios. Grandios. Klingt scheiße, die Hand. Ich fahre gerade nach Hause. Ach ja, stimmt, es gibt ja auch Leute, die arbeiten müssen. Sorry. Sorry. Oh mein Gott. Ich bin auch im Gulag. Wie schaut's bei dir aus? Nice. Ja, ich bin jetzt im Gulag. Ja, die haben mich. Ja, flieg irgendwie irgendwo hin. Ja, ich bin down. Flieg jetzt an dir. Oder soll mal rausgehen. Und probier's einfach. Und ist einfach rausgegangen und dann die anderen mitgenommen. Äh, die Kiste ist draußen auf dem Balkon, gell? Er kriegt auch mal einen Klassenschlag. Da ist noch eine Kiste, gell? Da ist ja oben auf dem Balkon. Auf dem anderen Balkon, da wo du gerade im Raum drin warst. Und dann da. Ja. Jetzt da doch die, da, da. Da doch die, nee, nee, hinter dir. Nein, nein. Nach rechts, da. Jetzt rechts. Da doch die Tür. Oh, das gibt's ja jetzt nicht. Oh, ja, unglaublich. Da ist die Kiste. Und zu der Brücke. Ja, Mann. Nice. Hinter dir. Da. So, dann komm mal zu Port. Oder ich warte. Vielleicht landet ja auch irgendwo dann gleich hier die Ausrüstungslieferung. Ja, wohl zwei Minuten. Ja, geh mal, lauf mal zu Port mit rüber. Ich lande hier. Das ist ein Gegner, oder was? Ob ich schon? Ja. 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 Nee, noch nicht. Hm. Den war da doch nämlich ich gerne mit. Ja. Das könnte auch ein Bug sein. Hier bei mir ist ein Gegner. Ja. Nee. Nice. Ja. 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 Hey, Junge, Alter, das gibt's nicht. Egal, nehmen wir jetzt die anderen mit. Chaos und, äh, Janik. Wir sind fertig. Chaos. Da. Ja, die nehm ich jetzt an. Huch. Ah, perfekt. Chaos, du bist außerdem noch gemutet, nur so zur Info. Da ist keiner raus. Du meinst den PC-Spieler von vorhin? Guck mal auf Party. Guck mal auf Party. Okay. Habe ich auch mal mit rausgezogen? Bin ich jetzt noch drin? Okay, perfekt. Ah, jetzt geht's. Hast du denn den Nude-Knopf gefunden? Nee, das Problem ist, ich hab bei meinem Hyper-Headset, da ist wohl irgendwie irgendwas nicht ganz heile oder in meinem Controller, wie auch immer. Und deswegen spackt das da manchmal ein bisschen rum. Okay. Also, Asuka, ähm, mir geht's so weit, so mehr oder weniger gut, ja. Hallo Marvin. Ich weiß, dass das Marvin ist. Alles gut. Nee, ich hatte vorhin, als du gefragt hast, ob ich sozusagen noch da bin, hatte ich eine Anfrage bekommen wegen dem CW-Cast und als ich dann gesagt habe, ja, ich kann leider dann noch keinen Delay einrichten, weil mir halt die Elgato fehlt, eher, äh, dementsprechend waren diejenigen, die mich gefragt haben, natürlich enttäuscht, weil die Gegner drauf bestehen und, ja. Deswegen, also, ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig machen, das, das geht in die Grütze. Deswegen hoffe ich natürlich, dass dann, ich sag mal, meine Connection zu dem einen oder anderen vielleicht irgendwann doch noch mal Wunder bewirkt und ich zu meiner Elgato komme. Mal gucken, ob ich das eingestellt habe, dass man mich nicht zu schützen kann, bei anderen. Weil, das ist, wie ja, Marvin. Äh, Marvin. Vorbereitung ist beendet. Jetzt geht es ins Kriegsgebiet. Ach ja, ähm, echt dahin? Nein, das war ein Witz, Alter, ich geh doch nicht, also ich würd schon gehen, kein Problem. Lass mal auf Port. Port? Okay. Das Gas breitet sich schnell aus. Begebt dich in die Sicherheitszone. Ist zwar riskant? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee. Das ist eigentlich riskant. Das ist nicht riskant? Okay. Nee, Mann, das ist jetzt am Anfang. Das sind nicht mal, äh, das sind über wenige rausgesprungen. Und er war gemutet. Jawoll. Wer? Er called und called und called, will farmland gehen und er war gemutet. Lel. Wer kennt's nicht? Ja. Wer ist grün? Ah, das bin ich. Ups. Huch. Äh, ja, sorry, da hab ich markiert. Oh, oh. Wir sind auf jeden Fall Gegner. Ich muss erst mal meinen Zaun wieder hochstellen. Die brauchen einen LKW. Feinde in den Gebet! Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Oh, leil. Der behinderte Ort, den es je gab. Feindliche Drohne über uns. Ich hab ne Hoden. Jackpot. Aufdruck anklotisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Hm, schmett. Wurde, war ich geschossen? Ich hab das. Achso, meinliches Team verfolgt deine Position. Ersten? Toll. Leute, ich bin das Opfer. Also. Du bist scheiße. War ein Spaß. Ich weiß. Trotzdem, du bist scheiße. Keine Ahnung, warum aber du bist scheiße. Will jemand Totenstelle haben? Nee, grad machen wir nicht. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Hm, hm. Paketmerfer hier. Oh, Gott, Junge. Oh, Heli. Ja, mal echt mal. Warum hast du weggelegt? Oh, das ist meine. Nee, alles gut. Bei Haltrück. Ist jetzt nicht das Wichtigste, ne? Wie schön den Empfehl zu haben. Schön in der Zone. Kann sein, dass die Zone sogar bei uns ändert. Das ist nämlich eine beliebte Zone. Echt jetzt? Ja. Ziel aktualisiert. Ist in der Position sicher. Ey, beschossen. Von? Vom Wasser aus. Keine Ahnung wo. Ich bin ja noch. Es sind noch 50 Sekunden, wo die mich sehen können. Ohne Scheiß. Lass sie kommen, lass sie kommen. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Du bist sicher. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Feinde im Gebiet! Ja, der geht jetzt in Heli. Der geht jetzt in Heli. Wenn du jetzt... ...en Schuss hast, schießt ihn ab. Nee. Nice. Würdest du sagen, wir gehen jetzt rüber. Weil die 1800 sind schon wichtig. Ähm... Ja, zwei Schuss. War zwar noch keine Weihnachtszeit, aber scheiß drauf. Geh, ich nicht vergön. Oh! Den hol ich mir! Den hol ich mir! Den hol ich mir! Wen willst du dir holen? Ich höre die Kiste. Panzerung geortet! Hier geht's lang. Nein! Nein! Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Nein, beschossen! Ich bin die Kiste. Feinde im Gebiet! Nein! 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 was bringt spezial munition eigentlich mehr schaden danke nein bitte ja die sind wichtig die dinge ach so gedacht an mich persönlich gerüchte deswegen ich kaufe euch gleich eine gasmaske also macht euch da keine ich habe alles gut alles kommt ihr mit habt den letzten von denen gerade eben also ich weiß ja nicht aber bei mir läuft mit dem geld 5 läuft an um mein gott heilige scheiße ich bin der mit 25.000 soll ich gleich die geist nehmen ne noch nicht ich hole ich hole am nächsten shop nämlich noch eine mit geist klasse also nämlich noch mal eine vorwärtslefon mit oder eine chest drin ich hole die mia mitnehmen ja hat schon jemand mitgenommen dann haben wir nämlich alter das ding doch mit wenn es schon wo ist ne ja sonst geht ihr mal in die zone ich habe der gasmaske jetzt kommen wir bitte bloß irgendwo nicht irgendwelche gegner angesprungen weil sonst ich bin alleine fliege weg oh mein gott ich glaube bei dem typen ging gerade controller aus hier sind gegner passt auf hier in der bank irgendwo ich habe ich habe das eingekriegt der lag hier also der sass ohne scheiß guckt der sass hier so auf dem tag abgeschlossen alle vorratskisten gefußt hier ist ein leichtes maschinengewähl hier muss gerade will ich haben bitte hier hier mal hier Das Gas kommt näher. Das ist eine goldene mp7 oder so zu infogang. Leute, hier ist ein gratis Prezi Luftschlag und eine Maske für die, die nachher brauchen. Das Gas nähert sich dir. Bleib, 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 mach schnell. Der snipet. Genug ausgeruht! Bewegnung! Ehrenbruder! Kein Ding, immer gerne! Bewegnung! 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 Totenstelle reinklatschen und aufgeben. Bewegnung! 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 ich kaufe dich frei egal ich kaufe euch beide gleich frei geht auf geht alles klar ein teammitglied hat den gulag betreten ein überleben erlaubt einen erneuten einsatz ach so geht doch nicht das ist aufgedacht das ding sauber feindliche drohne über uns irgendjemand hat mein ganzes um auf dem dach dein teammitglied hat den kampf verloren und gern so in die sicherheitszone das gibt's doch nicht hat mein ganzes geld wieder man hat mich da freikaufen hast du mich wieder überlebt oder was oh ja ehre landet mal ja ein bisschen weiter in der zone drin geht es ist ein team ne es ist friskant ne ne komm 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 lass gehen alles gut ich komm schon wieder ich wollte bloß eine waffe mitnehmen bis dahin gib ihm da oben auf dem dach sind gegner kann wer wie viel geld habt ihr kauf mal bitte da vorne in einem shop schnell ausrufen ein fenster schließt das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert scheiße sorry mein lieber wir schlagen zurück ja das ist egal alles gut fuck ey ne die runde war jetzt kann ich das nachschauen das ist echt scheiße hier jannik du hattest 7 kills digger ich hatte 5 und ich hatte keinen du hast ein bisschen mehr schaden nur als ich aber so von den punkten glaube ich war ich war ich der mit dem meisten geld am ende ja die ist so oder so geil aber die hdr ist auch eine kranke waffe ja ja wie ist er noch michi rockita jetzt mal rauchen mal rauchen nichts deswegen habe ich kein thema drauf weil ich das so wie sie doch jetzt ja auf das leiber der bade zwar schon gut aber sobald sobald die ausrüstung da ist bringt ihr das nichts mehr weil hier fast jeder hat mal dabei okay ja 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 was er denn da hinten rakete kommt wir uns dem echten feind schießen mit raketen auf uns ich glaube nicht ja du weißt doch mit kann und auf spatzen schießen oder wollen wir da hin fort oder farmland farmland ok jetzt eindeutige sache farmland battle royale achtung das gas breitet sich aus zur sicherheitszone gehen und hauen sagen wir mal ungefähr ja 30 mindestens dann sind hinter bin unter dem weg bin unter dem weg wie weit soll ich weiter fliegen sagt mir das ich ich fliege da hinten kein ding das primäre lautet alle ziele zu eliminieren die mitglied ist jetzt im gulag nur wer überlebt wird erneut eingesetzt die mitglied die mitglied für das 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 und das und das das und ein teammitglied wird wieder eingesetzt bereit mithalten Ich bin im Haus, bin im Haus. Der ist da in einem Haus drin. Nice, nice. So, jemand freigekauft. Ah, ne, ist alles da. Gut. Ah, auch nicht viel, Digger. Jemand mehr? Was? Mehr. Moon? Moon? Ne, ne, ne. Oder brauchst du? Er braucht. Wie viel, was, wovon? AR-Munition. Sturmgewehr. Du verlierst deinen Boden. Kannst du kriegen? Ich gehe hier zu, ich gehe hier in die Halle. Raketenwerfer hier. Äh, ich muss gerade mal gucken. Schrollplinte. Hä? Wenn jemand... SMG, ne? Oder bin ich jetzt total lost? Ja, ja, SMG. Da, nimm mal. Gegner. Nein, im Haus. Feinde im Gebiet. Er ist oben. Wir sind in der Sicherheitszone. Gleich müssen wir kämpfen. Ne, der andere ist hier. Feinde im Gebiet. Er ist mindestens mal irgendwo hier gelandet. Ne, ne, ich habe nur doppelt markiert. Da, ich gehe schon. Feinde im Gebiet. Ist da einer? Ist er da? Auch wenn es nur einer ist. Aber den einen holen wir uns. Lass mal zum Shop gehen und zusammenlegen. Wir haben genug. Ich bin der Ausrüstung gekommen. Der geht mir mal den Brauch. Äh, ich brauche nur ein bisschen. Wo ist denn... Ne, du. Da auch noch. Das braucht noch ein bisschen. Das gefällt mir. Ah, da. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Verbündetes persönliches Radar über uns. Geist braucht noch nicht, ne? Ne, noch nicht. Äh, falls jemand noch nicht hat, einen Herzschlag-Sensor. Geist auch hier was krabbeln. Ich hab... Läuft. Geldproblem ist schon fast wieder weg. Ist ja immer noch ein bisschen zu holen, aber egal. Ist fast genug. Fast genug ist genug. Abdrückst. Nih. Nih. Ja, Mann. Das ist halt... Ausrüstungslieferung ist unter... Ernsthaft. Ja, das ist mit Absicht. Keine Sorge. Achso, das war... Achso, das heißt, äh... Diese Fähigkeiten hat er jetzt. Geht's eigentlich nur noch darum, dass die Waffen dann... Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Du nimmst dann nur die, äh... Eben jetzt die Geist-Klasse. Und dann, ja. Das... Dann wirst du halt einfach nicht mehr von Drohnen... Äh... Äh... Eingeklinkt oder so. Auch Orbi kann dir nichts. Also wenn... Orbi, das ist das dann... Das würde ich dann auch am besten machen. So... Ich finde nur noch meine... Meine langen Waffe. Hier. Da liegt eine... Hier ist ein Scharfschützengewehr. Nimm die... Nimm die Sniper da mit. Hier. Äh... Das ist... Hä? Woher bin ich denn das meine hin? LOL. Lauf schon mal vor. Ich nimm euch auf den Weg mit. Ah, da ist sie doch. Ach nee. Warte. Weg drücken. Ich hab zweimal jetzt... Dieselbe dabei, alter. Scheiße. Scheiße. Dann steig schnell raus und hol sie dir. Nimm keine Ahnung die hier mit. Hier ist ein Sturmgewehr. Gas breitet sich aus. Äh... Auf geht's, komm. Ich fahre. Nehme die Beine. Kommen. Da. Kontakt! Ab in die Sicherheitszone. Ich brauche Deckung! Ich bin getroffen! Da. Ich geh schon. Was? Hab einen gehittet. Versteht es! Ab in die Sicherheitszone. Bein den Gebiet! Bein den Gebiet! Einer Shoot壞! Knock! Ne! K.O. Ist da noch einer. Ah! Ah! ich lebe noch der hat mich nicht gesehen ich höle dich, ich höle dich, ich höle dich genug ausgeruht bewegung genau, seh zu, yalla yalla ich wurde gerade von irgendwo besnipet von hinter mir ich kaufe frei ne, kann ich ja nicht ach scheiße ich geh, ich geh, ich geh ja, man, K.O. Mann, Timo ist gelöscht da, von hinten kommt noch einer ja, okay ja, ich muss die Distanz weiter vergrößern, damit das sich lohnt so möglich sein, ich laufe au okay, ja, ich denke, die wollen auch zum Shop Gas kommt ne, Dach ist soweit nichts Sichtbares drauf ne, alles gut ne, bleib da dass du dann da dann fliegst du einfach direkt dahin wir sind in der Sicherheitszone auf Feinde aufpassen aber deine Waffen sind noch da musst du, bist, bist du halt der einzigste ohne Geist ne, das, das die, äh, 10 die 10.000 heben wir uns jetzt auf wir müssen jetzt gleich auch Drohnen kaufen und sowas ne Munitionskiste wär ganz gut ein feindliches Team jagt dich, pass auf ähm, hier, ne, ne, nicht du, nicht du, nicht du, du kaufst die Drohnen äh komm mal schnell her und dropp mir mal kurz dein Geld, dann hole ich die Munitionskiste ja Jans hier ja ne deinem alles mit, hast du? gut ja ja, kauf direkt schon mal ne Drohne ja äh, komm mal her ja nicht verbündete Drohne in der Luft, starte Überflucht oben auf dem Dach ja, die ist jetzt hier in der Munitionskiste eben wie nun der Weg hm ich denke mal, er muss denk dran, wir haben einen, äh, hier einer von uns ist das Gejag der FIFA Gas bereitet sich aus, neue Sicherheitszone gefunden ja brauchst du Platten ich hab 5, ich hab 5 hier wir brauchen noch Platten ne, ne, ich hab noch was abzugeben, wenn du willst ne, ne, wir haben genug jetzt ok wir haben auch nochmal 5 gekauft nein er hat ne Drohne, aber die hat er grad rausgehauen noch nicht, noch nicht ach so, ja, das kannst du schon mal machen, wenn du genug Geld hast ja, das mach ich jetzt dann ich hab aber einen Prezi-Schlag dabei, deswegen ich hab aber einen Prezi-Schlag dabei, deswegen ah schön wäre es wenn ich auch was hab haha ja, aber so, ich kauf da vorne jetzt gleich ne Drohne und einer von euch nimmt den Prezi-Schlag mit dann nehm ich den Prezi-Wert feindliche Drohne über uns so, da, das, das da noch den da, das Geld kann man jetzt hier raus und dann oh, da kommt ein Fahrzeug das kommt zu uns, das kommt zu uns feiße unter dem Schuss wir lassen jemanden haben Achtung weg, weg weg bei mir der finisht direkt der finisht direkt ich geh gleich zur Muni-Kisse, ne? ich geh gleich zur Muni-Kisse, ne? untertunterwegs schauss 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 weintliche Drohne schauss 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 Oh, 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 oh. Meine Fresse! Nee, die haben abgewartet. Scheiße, Mann! Scha-de, Mann! Junge, das waren nicht mehr viele, Alter! Ja, und ich hab's halt direkt dann von hinten ficken! Und ich hab's trotzdem ver- ey! Alles gut, Digga, alles gut! Es kotzt trotzdem an! Ha! Killspitzenreiter! Acht Kills, Digga! Sechs! Sechs! Oh, Junge, Alter! Ja! So, dann langsam mal Zeit oder was essen, Alter! Achja, stimmt! Das wär ja auch irgendwann nochmal ne Option! So, so, by the way, so... Apropos... Ich glaub, ich muss mir gleich nochmal ne Sodass Stream fertig machen, ey! Energy lässt grüßen! Energy lässt grüßen! Aber nicht so... So diese... Normale Vorgabe, was da rein sollte, Sondern immer ein bisschen mehr! Immer ein bisschen mehr! Ich hab die Kappe immer ganz voll gemacht! Also wirklich! Ganz! Voll! Ich auch! Immer! Hahaha! Geil! Hauptsache, das Zeug ist süß und baller! Okay, okay! Denn es ist dieser... Placebo-Effekt, Hauptsache es schmeckt einfach danach! Ach! Und über mir! Ja, mein! Er rennt da durch mit Pistole, Digga! Alter! Genug Training! Jetzt stellen wir uns dem echten Feind! So! Wo dir mal hin? Storage? Hab ich auch gehört! Perfekt! Super! Nach der Runde mach ich mir ganz kurz Essen warm! Ja, mach das! Ich glaub, mir falls ja, Rom, du immer einer von denen, die warst, die das meiste Geld hatten! Weil du auch die meisten Killed hattest! Oder ein... Zumindest das Glück, dass die, die du gekillt hast, das meiste Geld bei sich hatten! Ich hab halt einfach viele gekillt! Ja! Jetzt schon? 5,9 Meter, ja! Ich lande ungefähr da, wo mein Tick ist! Ja, das ist klar! Gut, dann geh ich da nicht hin! Einer direkt im Mertgeschoss! Oh, shit! weil da ist drittend! Bin unterwegs! Oh! Versteht dich! dann kommen lieber weg verbündetes persönliches radar über uns vor dir das sind vier ja aber da sind jetzt vier neue das ist das problem sich immer gleich ein bisschen für stimmung sorgen für bombenstimmung ein cluster oder mal ein cluster rein ja hier einfach aufs gelände oder wo da wo ich markiert die pings siehst du nicht ach scheiße ach da hinten ja muss ich in die richtung erstmal irgendwie hochkommt scheiße ich gehe mal hinten auf die lagerhalle ziel markiert luftunterstützung schicken ich bin tot 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 Geld machen? Okay. Einsammeln? Ey, das hast du auch noch, glaube ich, noch nicht erlebt, ne? Nein, das war's. Also, es liegt alles an mir, oder was? Ja, du bist, äh, ja. Nice, Jungs. Unsere Rettung, hoffentlich. Easy. Ich hab 4100, nicht mal genug Geld, um einen von euch wiederzubeleben. Dann mach, du mal, hol mal die anderen zurück, ich gebe kurz was fertig machen. Bis gleich. No. Oh, warte mal. Mies. Nicht nur du. Oh. Ja, nee, das heißt nichts Gutes. Das Ding mit. Keep him. Ich hab den Wiederbelebungsklopf gedrückt. Der Schnee. Neee. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ich hab auch gleich genug für dich zusammen. Das macht dir keine Sorge, du willst auch wieder wieder. Nee, nee, erst mal hier... Nee, nee, äh, Ding, mein ich, ja. Oh, sorry. Das sind Gegner, Jungs. Oh, mein Gott, Digger. Das sind mir direkt in den Lern, Digger. Egal, ich komm wieder drüber, ich bin schon geblieben. Ihr lebt noch? Eiert. Geh weg, da. Zu viele. Mmh. Ja, jetzt hängt alles von dir ab. Wer hat viel, viel Geld? Ah, auf die Toilette. Erstmal in grün, dünnsch, das Abschieffan. Ja, Mann. Erstmal in ruhig. Da oben, ne Kiste, oben, Kiste. Ne goldene. Uuja. Kosmos-Kee. Nee, das war keine Auge. Kiste, Kiste oben. Äh, da oben wieder drin. Äh, da. Du musst da hochklettert an der Wand, an der Wand. Der da, ja, an der. Ja. Nicht da, da. Dann lauf mal nach links. Und dann geht's hoch. Los, helf mir! Kannst den... Wohin? Okay. Dann, ähm... Näm... FIFA. Mmh. Nimm Uedo, nimm Uedo. Ja, danke, Jungs. Bitte, bitte. Was, wenn ich das nicht mehr schaff? Dann haben wir wenigstens einen Grund, auf dich sauer zu sein. Ja, danke schön. Bitteschön, gern geschehen. Hau's doch alles hinter die Kiste. Ja, hallo. Ich glaube, er wollte noch alles droppen oder so, kein Name. Ja, wollte er. Egal, juckt nicht. Ich mach's mit Pistole. Gib ihm. Ne Hoden hab ich. Ne Hoden. Da sind noch meine Waffen. Da, alle sind noch da. Wir sind hier raus. Geh mal rein, geh mal rein. Ähm... 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 Ja? FIFA an die Information. FIFA, bitte. Wuhu! FIFA an die Information, FIFA, bitte. Hoida, Munizium. Der hört euch nicht. Der ist weg. Halt, Kassen. Ja. Sehr schön. Sehr geil. Dann bin ich ja nicht alleine. Lass mal Ausrüstungslieferung. Ausrüstungslieferung. Ja. Einfach fahren. Ich bin mitfahren. Lalalalalala. Ja, ja, macht euch alle kaputt. Juhu! Ja, ja, ja. Oh, dann hat's Bumm gemacht. Oh! Ui. Da hat sich niemand gelootet. Ui. Hä? Digga, wie verpackt ist das denn bitte? Egal, nehm ich meine eigene mit. So, jetzt liegt alles an dir. Ja, ja, ja. Was ist das? 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 Nein, nein, nein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm, klar. Bin gleich wieder da. Und denke an Energy. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tvide. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank.